Smugleaf Alistair Hallo bei einer weiteren Folge GTA 5 Online How to lose Eno Ihr seid alle behindert Berück dich mal weiter Wir haben ne 100% Winrate Selbst wenn wir jetzt verlieren, haben wir noch ne 75% Winrate Ich hätte ja nur ein Match gemacht, wäre es dann nicht 50% Wir haben 3 gemacht Achso Aber bei den anderen beiden war es theoretisch ein Halber Beim... beim... Stimmt, das war einmal Sona, ne? Ja, und einmal Annie, glaub ich Annie Bruiser Viertel? Weiß ich grad gar nicht Ja, auf jeden Fall, ja Ja Die haben auf jeden Fall einen Trinder mehr Egal, wir auch Ja, ach Unser hat sogar Mh... Skin Irgendwie sieht derer Furchtanschlössender aus Nö Unser ist... Unser ist halt leichter Unterwegs Ist dünner Ja, der... 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 der sieht aus wie ein Bauer, ey Ja... Na mega Der hat auch einen viel... den viel dünneren rechten Arm Der sieht aus wie... wie so eine Standardwache in der Stadt Ich hab dir als erstes verreckt Ja... Das ist so Attack on Titan, oder was? Ja, zum Beispiel Wieso ist eigentlich der untere Teil des Schwerts mit Leder umfasst? Damit das keinem weh tut? Guckt euch mal das Schwert an Wir waren so ein Dreck mit dicken Damage-Item Ich glaub... Mit 61 Armour Hallo So... Oh mein Gott Happy Dinden Weeeee Die waren in Leiden, die sind da Seh ich hier? Ja Seh ich hier? Fängst du mal weiter an? Wir haben drei Leute gesehen, die Items haben, ne? Ja, die waren alle da Ja, die Brüser sind noch da, oder nicht? Die Brüser sind da, ja Sind die alle? Ja, die Brüser sind da Ich selber stehen lange Da ist einer, und der andere weiß gerade Und eigentlich ist da auch noch einer Aber der gehört nicht zum Brüser-Mose-Team Ich hab keinen Puppen, also macht Damage Wieso nicht? Ja, grad wenn ich gesetzt hab Eine, eine wirst du hier wohl legen Ja, eine Zur Not, Smite Ey, wo habt ihr die vorhin gesehen jetzt? Die Brüser, hier und hier Ja Oh mein Gott, ich brenne Schau aus wie ne Brüser, ey Hahaha, Mike Hahaha Die Lauf-Animation von dem ist voll geil So, ab zur Bot-Lane Oh mein Gott, wir haben XP geleached Ich nicht Ich nicht, nee Und den jungle trinne mehr Flash und Oh, ich hätte Ghost nehmen sollen Scheiße Fuck Egal, Flash ist auch gut Ja Und deren Support ist Alistar Das ist egal Wir müssen schnell Level 2 werden Die Läser hat eine Pink-Word Oh mein Gott Nach nur knapp 55 Schaden Das läuft Das läuft Gut Noch Beim Top-Ganken Ja, Top ist gerade gepusht Beim Mittel-Ganken Jo, der ist das letzte Ich auch Aber drinnen mehr ist Top, äh Bot Ja Ja Ja, das war kein Stun Egal, guck, wie der Stunny kriegt In 3 Sekunden hab ich wieder alles ab Go Fick ihn Schmeiß ihn hoch Nee, du stehst jetzt Nein Wie kannst du die gank? Ist der schon gewartet unten? Ja Wir haben doch schon gekillt Ja, Pink-Word Ich kann trotzdem, ähm Kaken ganken Wie kann ich sie hochschmeißen? I'm so hungry Wenn du die hochschmeißt, ist sie tot, ja Geh näher ran Geh näher ran Geh näher ran Ja, aber ich bin nicht unbedingt Autsch Da fehlt's dir auch der Hit Ja, Minion-Block Ja, Minion-Block Minion-Block Selbstverstopfung, Minion-Block Aber das hatte funktioniert schon Wir haben ja 1-0 Und dieses Support musste wieder leiden Und insgesamt haben wir sogar 2-0 Oh Gott Ah, du bist tot Jo William, ich hol dich morgen früh ab um 7, ne? Um zu 7 Fuck Das war dumm Ja, und wie? Was ist? Oh! Ich hol dich morgen früh ab um 7, ne? Komm zu mir im Bus 7 Uhr? Ja, kurz nach 7 Der ist tot, der ist tot Den anderen auch, der hat keine Mana Und die bin ich fertig dann Jo, mach rein Und den in der Zeit zu drücken Da hättest du ein bisschen draufkloppen Alter Eigentlich wollte ich nur diesen einen Last Hit Ich hab sogar extra noch Ja, ich auch Die Range Da Oh Gott Was? Weil er schreckt den Okay, wir haben Wer hat den Kill bekommen, Alistair? Ja, dann ist ja egal Dann ist das ja egal Ich bin dein worst nightmare Gatlin hat sogar weniger Last jetzt Natürlich Ich sag Was ist das? You can't milk those Warte, da ist ein Eke Ob er ist weg Oh mein Gott Ich mach sie weg Ich mach sie weg Ich kann nicht mehr Slowlife Guck mal, wie wir sie an den Tower nageln Das ist schon nice Ne Catelyn Misses, ich habe Range Ich kann nicht Ich will aber nicht so reingehen, wenn der im Tower steht Ich glaub das ist deren Taktik Die haben uns doch schaut Verdammt Es ist mit Der einzige Counter gegen uns Wir haben ihn rausgefunden Warte Garnler gesehen? Nö No Es ist nicht runter mehr Hörner Seite rein gedreht kommen Das ist mir egal Er ist eigentlich Richtung oben gelaufen Mal jetzt push die Lain Ja Stell dich bereit Hilt Gott rein Ja Ah, jetzt push ich nicht mehr. Ja, doch, 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 sie pusht. Jetzt, jetzt. Oh, die ist ja gewartet. Oh, lol. Egal, lane ist gepuscht, im anderen Fall. Ja, okay, ich geh rein. Wieso geht der so früh rein, Mann? Er ist rein gegangen, Mann. Ich hab gesagt, ihr. Der Alistar ist doch rein gegangen. Ja. Jetzt. Ja, Flash muss. Ja, ist cool. Gatemaß. Die geht vermutlich am Tower. Wo sonst? Oh, die Puppe, die Puppe. Dann mach die schon mal bereit. Ach nee. Ach so, die wird schon. Ach, die wäre irgendwo fällt. Hey, Jungs. Ich brauche mal Hilfe, Mann. dsb also weggegangen die hat 23 last hits er ist hier der busch ist gewartet und schon eine oder so oder einen auto jetzt ausdrehen hier kann ich nicht aber drehe ich weg weg ach die ist kurz vor Level 6 wenn du wählst ach der ist auch schon Level 6 ne ich hab keine Mahne ja schon ok er hat meine Waze gemacht boah kein Mahne ich komm Lux geht zu ihrem Blue fuck genau den hab ich auch gebraucht ja jetzt fehlen obwohl 10 Gold das geht noch ja passt passt mit dem Gold ich hab aber keine Boots müssen wir einfach keine Ahnung ja alles scht scht ja wer hätt's gedacht Hotlane läuft ja jetzt schon BF zu ah super oh tot oh nice oh Alice oh was machst du oh hat dich ganz gereicht danke für das erstes übrigens du hast doch ein Kill geholt heul nicht rum ja aber ich bin gestorben die Lux hat auch ein Kill bekommen du hast doch geflasht warum nicht oh es zeigen ich bitte dich ach so ja sag das doch ich hab damit nicht gerechnet sonst wär ich auch drauf gegangen ne also wenn dann hätte der Knock-Up schon treffen sollen ach so aber ich hab Ult in 5 ach so ok dann diven wir sie ja 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 doch nicht ne mit Alissa noch ne ne doch nicht den Alissa können wir seine Ult eigentlich durchbursten meinst du? und haben wir es wieder hier ach man ne du hast was was verändert Ali ja deswegen du solltest die auch Grutilizer oder so holen kostet zu viel jetzt jetzt das jetzt schon krass dass du diven könnt ne ne doch also mit Alissa ist halt gefährlich nein aber diven können wir die auf jeden Fall doch nein man gehen runter zu euch wer Sondermeer und Nidalee ganz runter? aber sie sind schon gegangen und sie sind drauf da haben wir ihn nicht ich habe mich übernommen auch bei Mike aber das ist auch schon wenn wir sehen können wir auf jeden Fall da ein bisschen weg mein Gott oh zu Glück weil er will ich da will ich nein nein jetzt habt ihr der Caitlyn Kay gegeben ey ach ja ach ja äh die testen grad dass die das oh da wurde gewollt dass dass sie dem das tür mit dem äh krass auch was gleich raus was auf was auch das es kommt wahrscheinlich runter das ist der Tower den Killer das Tower 250 ja frag mich wie sie das mit äh Minions machen wenn die Minions nix gehört ey dann bekommen alle gleich viel bestimmt ja dann teilen die halt diese würde ich das immer so machen ja lass mal zum drängen wenn ihr gleich da seid ja ich stehe ja schon bereit für den drängen so zu sagen der liga weg wir sind auf dem weg 3 1 der javan hat 004 007 ja ich bringe am besten rüber ich bin direkt in der alter weinspringen ja ich brauch noch ein bisschen okay oh ein schlechter moment ey machen wir den jetzt einfach schnell drinnen oh drinnen stunden oh mein gott nice stun ja mein mein ich hab eh gedrückt aber der ist wieder zurück gelaufen und dann direkt aus der rorschweite ja 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 dann lass mal mit die leute kommen nicht auf die bruiser kombo unten klar ich glaube mit pantheon ist das noch krasser ja ja wir können ja verschiedene kombis machen ich glaube javan ist auch ein guter supporter oder an sich main supporter ja also ein richtiger also nicht nur so ein troll support sondern auch ein richtiger oh 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 die hast du Oh Mann! Gut geschillt, das ist nicht wahr, ey! Stop playing! Einer hin! Boah, ich hab voll die Legs, Mann! Ja, wir fängst schon wieder an, ey! Nein, wir kennen die jetzt! Komm! Jungs, Mann! Ich will die jetzt tot sehen! Du bist 8, du bist 11! Oh Gott! Schau ab, Mann! Die killt dich! Ich merk's schon, ey! Wirklich, ich brauch' die Farbe, Mann! Oh! Krass! Naja, ich hab' Infinity Edge! Spiel ist vorbei! Dingens kommt da hoch, Alistair! Lux holt sich den Blue! Hat den Blue! Komm mit hoch! So schnell es geht! Versuch die bisschen hinten halten! So, so, krasse Moves! Wollen wir die? Wollen wir die? Wollen wir die? Geht mal mal! Mann, ey! Was ist hier los? Lex? Oh, die Legs, Mann! Ach, wir haben das Aram letztens gewonnen, ne? Als du die Seed bist! Ich komm' nicht ran, Felix! Nein! Oh mein Gott! Ah, fuck mich das jetzt ab! Ah, fuck mich das jetzt ab! Speedpush! Speedpush ist voll langweilig! Ist zwar jetzt effektiv mit drin, aber... Es ist total langweilig! Werte nicht! Yo, jetzt hab' ich Lex, ey! Okay! F2! F2! Okay! Trünn ist da! Mit Nidali zusammen! Bad man! Walking! Was ist die Lux-kacke, ey! Dann kommt der Dragon! Habt ihr schon geguckt? Was haben wir ihn gemacht? Äh, 19.446. Anderthalb Minuten. Mach den Kalabas! Was? Mimimi! Los! Ach, Checo ist unten! Ja, das ist scheiße! Ritten! Übrigens... ADM! Oh mein Gott, Lex! Ich sperre, mach mich unbedingt! So viel schade! Ah! Huh! 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 Bin drin jetzt! Bin drin jetzt! Ja, okay! Ich komm' bitte jetzt! Komm! Komm! Ich komm' von hinten! Ne, dann haut rein! Jetzt! Jetzt! Ja, ich bin voll low, man! Der hat mich gesehen! Jetzt geht ihr rein! Wenn ich weg... Wenn ich lobe, Noahs! Das ist dein Boot! Ich bin voll low und ich bin voll low. Aber jetzt geht's... Das ist was... Ich bin voll low. Ich bin voll low! Das ist ja so lecker. Ich bin voll low! Mein Gott! Super! Und jetzt ist das... Sattel... und ich habe mich erster schon bei mir mit dem den gerettungen zwei die führung und selbst verstecken nach dem akkumul april antichen weil ich nicht wirklich angetreten der menschen gebloggen die tatsache darf den drängen ich brauche nicht nicht mal mit und wann war nicht das einzige einzig krass an checko dass er so früh dragon machen kann mit seinen doppelgänger muss genau was aushalten muss der 34 dinge tut und die drängen muss auch safe sein und mein ende ist langsam mal im blue derzeit und gott die eine ist gerade ausgelaufen ja komm drauf oder nicht was ich bin ich da an super gute idee war okay oh lol was war das denn hier bevor du stirbst ja doch es geht haben wir jengbeings bekommen nein das war mega scheiße dann es hätte aber auch schlimmer laufen können ich war noch da beim blubachen und kommen gerade langsam rüber und ihr seid schon alle am sterben und so ein unfall ja ein tragen die alle ein glas kennen drinnen ohne ult ist nicht so gut also zwei über mir alter übel wir verkacken uns gerade mal wieder ich tötte ihn gewordern selbst die luchs hat jetzt kills und assist und und die luchs ist nicht gut er reicht ja wenn sie damit war die muss ja nur die ulti treffen so wie gerade eben ja das war ein unfall dir gesagt die letzten fünf spiele schon nein ja ja hilf mich schnell ja ich traufe wollen wir sie herbehalten wollen wir warten und pushen ok ok die sind unten, die gehen top oh nice hey, brent, halt sie oben auf nice, sehr gut pushen durch, komm noch mein doppelgänger was? mit kriptnachleber pushen durch, pushen alles aus mitte halt ihn auf, kill ihn, kill ihn das ist ja, sie kommen hoch oh god das war knapp, ey also flogs ult hier auf oh, die ist tot oh, wer kommt da? oh, die kate ult flog sie! oh, die ist tot oh, die kate ult flog sie! oh, die kate ult oh, die kate ult flog sie! nice das ist nur ein alistar oh, die luchs die luchs hinter euch und tot er hat sich nicht blicken lassen dann hätten wir die gekriegt hey, komm kriegt ihr den tower? ich kann nicht nachkommen, dann geh weg ey, mit dem tower kann ich mir ein item kaufen holt euch den bitte sehr nice sehr nice sehr nice hab ich nen phantomdancer jetzt? rux ist aber berotten schlecht, kann das sein? kannst du aber noch tower machen wenn du oh, oder auch nicht oh, ist eh da geht wer hat die die nicht was sehen hab nochmal wgeben nicht du war � Das ist doch voll Spaß, wie man... Oh, keine Hobbys, oder? Der L ist da? Oh, 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 ne Caitlyn! Mich hat Angst, mich hat Angst! Man, nur der Maus, man, nur der Maus! Der geht nicht zur Trinne mehr als weg, ne? Ganz? Der ist gerade gekommen, wieder respawn. Suche screenshot, wow. Much prediction. Komm, 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 komm. Jetzt, jetzt! Könnte bei euch 4 gegen 5 sein, ne? Ey. Wo ist die denn? Dann rausspringen. Oh mein Gott, ihr seid so tot. Danke, dass ihr mich da mit reinzieht, die Arschgesichter! Ich höre immer auf Tanzkolls. Ja, Tanzkolls sind beschissen, Mann. Nein! Guck! Du bist so ein scheiß Stealer, Mann. Ich hatte Ignite da drauf. Die Stealer, Alter, was soll ich denn sonst machen, ey? Einmal wegbleiben, dann wärst du nicht gestorben und wir hätten 2 Kills bekommen. Imimi. Meinst du, der wär verreckt? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie das du Ignite drauf hattest, das hab ich nicht mal gesehen. Ja, allein meine Ulti hätte schon, plus mein Item hätte die getötet. Wegen meinen passiven. Ich dachte, du bist Platik-Spieler. Ach Junge, hör auf zu Flame, alle ein einziger Scheiß-Kill, ey. Was musst du wieder ausfallen? Oh Gott. Ja, trotzdem doof, die kriegen 2 Tower dafür. Ja, komm, 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 jetzt. Haut rein, ey, 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 rennt, rennt, rennt. Hört auf mich. RENNT! Jetzt bist du tot. Ja, ja, die, die wollten nicht. Ich wohne mit dem Red. Hey, meine Leech. Ich brauche Live-Leech. Steal. Leech. Obwohl ich brauche einen, lasst du, ich brauche einen. Hey, die gehen zu Barron. They want it nur. Ja. Ja, trotzdem gehen die hin. Du, es war bloß. Wollen wir den machen? Klee den mal. Was? Den, den Barron. Damit wir den gleich machen können, ist doch cool. Worts wäre einfach nicht schlecht beim Barron. Bin ja schon auf dem Weeg. Ich mach den Dragon, ne? Kann sein, dass er gestebt wird. Aber ist egal. Lass mich gebeten. Hier so warten jetzt so, hier so, weißt du so. Dann flash ich rüber und töte den Alistar. Ich bin gewartet. Weg mache. Direkt weg, hau. Gern geschehen. Team. Das ist wie schnell. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. jetzt jetzt gar nichts gesetzten ja das ist nur der ende kommt oder nicht obwohl top 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 ja dann push wenn ihr wollt weisen die gegner tot können danach ja immer noch den bergmann kommt der lacher machen die den euro sind wir sind nicht nur oder sind wir das nein wir sind nicht nur wenn er es mit kommt oder mehr holt oder mehr und muss das dann nein nein das war scheiß reform ja top lane looks like any night hat die welt Egnett. Ja, also. LOL ist überlebt. Byron? Jetzt nicht. Ich bin zu low. Ja, toll. Dann geht's schnell Polten. Alle Lanes sind gepusht. Ja dann, nicht schnell zu burnen. Fucked. Rampage, shut down. Ja gut. Good job. Die sind beschäftigt mit ihren drei Lanes. Da, da, da. So, jetzt. Pain oder Life Leach? Nö. Glass Cannon. Alles. Full damage. Solange ich Oils hab, läuft das. Was mach ich denn selber jetzt? Oh Gott. Oh, drünger werden Dingens. Er schafft er den, sonst komm ich mir hin. Nein, schaffen wir den nicht, schaffen wir den nicht. Die haben hier grad Wards und so. Zu risky. Ey, hier ist ne Wards. 25 Gold für dich. Beziehungsweise 10 und ich 15. Oh! Oder ich treiße. Scheiße! Lass von da hingehen, sie abfangen. Oh, krass. Komm, abfangen. Trin abfangen. Oh mein Gott. Noch besser, Lux. Ja, du wurdest gete-backed. Mit einem Fightboy? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nu. Oh mein Mann haten gingen. Oh mein Mann. Oh mein Mann, die beschlädachten werden. Das haben wir nicht gemacht. Oh mein Mann ist nicht gemacht. Das war mein Mann. das ist mal eine Müsse hier oben ja, ich geh schon du kannst ja den Blue holen, wenn du willst wenn er da ist oh, jetzt musst du treffen oh, da oh, so knapp ich hab Angst vor mir, reicht doch, ich bin weggekommen guck mal, sie brennt schon die ganze Zeit du hast sie getroffen tot mein Gott, so schlecht das war richtig schlecht hat sie noch bekommen ich glaub's nicht ja, gut job jetzt hat die einen Shutdown oh, Mike, jetzt, jetzt, deine mittleren Kills das ist doof der ist sogar der beste von denen die Looks also Stats mäßig das wird's übrigens Sustain ja, aber Life Lead ist ja auch keine Sustain ne äh, ist das doof? der Oracle läuft an dem Wurf vorbei hol dich denn drin oh mein Gott, ist das scheiße ganz ruhig Javan, komm Javan, komm greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an hey, hier, hier ist ne Wort für dich äh, ich hab über die Hälfte der Kills äh, ich hab über die Hälfte der Kills was ist da los? oh, sie kommen oh, sie kommen oh, sie kommen oh, sie kommen Ah, schade. Ey, der hat mich gehalten, what the fuck. Ja, sie standen übereinander, sie hat gesmartcast. I'm all for game. Ja, Rosa, Mosa. Getting hungry. Rosa, wenn wir mal wieder einen Sieg brauchen.